Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal, auf meinem kunterbunten Kanal und hier zum neuen Video, wie ihr sehen könnt. Ein Funkprodukt möchte ich euch vorstellen. Premium Line Feuerwerk Silvery Flower Fireworks. Zehn Stück sind hier drin in solch einer Packung. Etwa 12,50 Euro pro Packung im Schnitt. Das sind aber eher die günstigeren Preise, die ich da gerade nenne. Ich versuche gerade für euch die mal rauszuholen. Ja, jetzt geht's. Und zwar sehen sie so aus. Das sind schon ein paar Schiedinger, wie ich finde. Wir gucken noch mal auf die... Da, ähm, die Grammzahl. NEM, da 13,6 Gramm haben wir pro Stück. Und insgesamt dann natürlich 136 Gramm. Ja, ich hab die selber noch nie ausprobiert, muss ich wirklich sagen. Hab aber bisher nur Gutes gehört von diesem Produkt. Ähm, ja, wir werden einfach mal zwei, drei ausprobieren. Die Videos folgen dann natürlich noch. Seid gespannt, freut euch drauf. Und ja, übrigens, ähm, eine Glitzerfontäne mit... oder gefolgt von, äh, einem Titanknall. Und die sind schon ordentlich, also... Ja, ich bin gespannt, das Silber da mal live auszuprobieren demnächst. Bis dann, ihr Lieben. Danke fürs Reinschauen. Tschüss!